Blauer Himmel am Montagvormittag, den 5. April 2077. Dr. Edward Barton saß in seinem schwarzen, schweren Ledersessel. Er hatte noch Zeit. Mittags wollte er mit Gordon wieder reden. Seine Zigarette glimmte im Aschenbecher, sein Kaffee war noch warm in der Tasse. Die Worte seiner Frau, die ihn am Morgen angerufen hatte, halten in seinen Gedanken noch nach. Edward, ich habe dir immer gesagt, dass ich dich liebe. Ich weiß nicht, warum du das nicht verstehen willst. Wann kommst du zurück? Ich sitze hier in meiner Wohnung. Du denkst nur noch an Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hast du alles vergessen, was von uns verbunden hat? Hast du die schöne Zeit vergessen? Bedeutet dir gar nichts mehr? Du lässt dich nicht mehr sehen. Warum sind wir überhaupt noch verheiratet? Kannst du mir das sagen, Edward? Ich kann so nicht mehr weiterleben. Gib mich frei oder komm zurück. Sein Buch, Isabel, in dem er fast jeden Tag las, legte er nie weiter weg als seine für ihn wichtigsten Utensilien. Aktenmappe, Laptop, Schlüssel für die Zimmer der Patienten. Wenn er müde war, gönnte er sich besonders gern das Kapitel 3. Es war für ihn wie eine Religion. Er stellt sich dann jedes Mal aufs Neue vor, wie er als Professor seine Isabel empfängt. Und wie sie lasziv, unschuldig schauend, ihm auf dem Sofa, das immer dicht am Sessel des Professors stand, ihre Reize offenbarte. Auch jetzt wieder schwand seine Müdigkeit dahin. Wenn sie sich etwas seitlich drehte, kam dabei ihre bezaubernde Figur besonders gut zur Geltung. Er spürte seine Erregung. Seine Hose wurde eng, als er noch überlegt, ob er es erregender fand, sich Isabels Figur vorzustellen, ihren Busen unter der Bluse, ihre Schenkel, die von ihrem langen Rock nur scheinbar verdeckt wurden, oder ihre Unterwürfigkeit zu genießen, klingelte sein Telefon, das auf dem Schreibtisch neben der Kaffeetasse lag. Er klappte das Buch rasch zu. Wie ertappt gefühlt etwas streng Verbotenes getan zu haben, legte er es ins oberste rechte Fach seines Sekretärs. Das Telefon verstummte. Nicht, dass Gordon Isabel nicht kennen würde. Sie redeten ja ständig darüber, auch heute wieder. Nur seine Erregung über seine Fantasie bezüglich Isabel. Wenn er sich vorstellte, eine ähnliche Situation zu erleben, eine Bedienstete zu haben, die ihm zugetan sein müsste, abhängig, das verwirrte ihn, wenn Gordon dies so offensichtlich sehen würde. Für einen Augenblick dachte er, Gordon ist so wie er. Er wünschte es sich fast herbei. Ja, sicher. Männer müssen zusammenhalten, dachte er, als er sein Telefon nahm und die Nummer des verpassten Anrufs antippte. Wie vermutet war es Gordon. Trotz allem Bewusstsein, dass Gordon nicht im Raum gewesen war, als er erregt im Buch las, begrüßte er ihn mit einer Stimme, die unnötig zurückhalten war, als ob er etwas verstecken müsste. Jordan, bleibt es dabei? Heute Mittag? Ja, Herr Baron, wir sehen uns um 12 Uhr. Haben Sie das Kapitel durch? antwortete Gordon mit bestimmtem Ton. Ja, Jordan, ich bin jetzt auf dem Stand wie Sie. Gut, bis später. Es war 11 Uhr. Dr. Barton nippte an seinem Kaffee und ging zum Fenster, die Kaffeetasse in der rechten Hand haltend. Vom achten Stock sind die Passanten noch gut von oben zu beobachten. Die Straße war belebt, wie immer mittags. Dr. Barton beobachtete gerne Menschen von seinem Fenster aus, betrachtete sie von oben. Frauen wie Männer übten einen besonderen Reiz auf ihn aus, sobald er Macht über sie hatte. Wenn er von oben auf sie runterschauen konnte, bekam er Glücksgefühle. Das Gefühl, sie in der Hand zu haben, über sie bestimmen zu können, faszinierte ihn. Musik Musik Musik